Komm, ich will nur noch... Da leuchtet was! Da glitzt... Ach! Ich will... Was geht's heute? Nein! Ah! Kevin, da wird noch genug glitzern, wo du nicht hinkommen wirst, und das wird dich... Ich will zu glitzern. Ich will zu Glitzer-Glitzer machen. Wo kommen die alle auf einmal her? Komm, 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 ich seh's! Jetzt wieder das Pokémon. Renn! Haha, ist das halt wahr? Renn da! Komm her, Schildi! Komm her! Freakin' Kamehubz! Happenhubz mit dir! Jawohl! Aquaknader killt mich! Nein! Ich überlebe's, okay! Der Giga-Chat hat einen Sohn? Was? Der Giga-Chat hat einen Sohn! Oh! Lol! Da geht's also um die... Weil bei mir ist es... Warte! Warte! Wenn dir noch mal vorkommt, ich will's sehen! Komm, ich... ich will mir jetzt dann... Danke für den Leuk-Trixi! Ich will mir... ähm... Und das... Warte! Und der Fakt! Dieser Poké-Stop schaut aus wie eine fucking... Tankstelle! Ja, ich wollte es gerade sagen, ich bin die Tankstelle, ja. Und ich bin gleich dort. Ey, also. Bus. Meine Windows-Benachrichtigmann. Ach, Mann. Gegenstoß. Ich traue mich, um mich zu kümmern. Gib mir Pokémon. Gib Pokémon mir. Gib mir Metall. Gib Maschine. Ich bin Motorradfahren. Ich finde das so krass, die ersten Spekulationen waren einfach wirklich, die Pokémons können Motorräder sein. Und wir so, was? Nicht erster Trailer überhaupt. Eigentlich ist es nicht so weit entfernt, oder? Ich bin bodenlos, dass die Meldung mal kam. Oh nein, ich habe verloren. Ja, heul, heul, leise. Oh, ich finde den, bei dieser Kampfmusik von wildem Pokémon, den Basteln finde ich schon wild. Ich meine noch. Komm, komm runter. Dann würde ich mich ernst nehmen, oder? Ich bin dran. Ich bin dran. Oh, nein. Ich bin dran. Äh, nein, nicht das Team. Die XP werden aber gut geshared. Ja, das ist auch erst seit Endzweck-Generationen so. Früher hat immer nur das Pokémon-XP geklärt. Ja, I know, was auch den Ring braucht oder was? Das war das Ein-Item da. XP-Teiler. Ja, XP-Teiler, genau. Wann ist das Teilen? Das ist ja für alle seit Schwert und Schild, oder? Ich weiß nicht sogar. Ich meine Schwert und Schild. In Alpha-Sophie-Omega-Rubin hast du den XP-Teiler, glaube ich, am Anfang gestrickt. Oh, close. Okay, komm her, Barmeline. Du bist gleich ins Team reingeworfen. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, let's go. Freaking Routenschlag. Piss ich doch. Und Team? Piss ich-Strahl. Piss ich-Strahl. Piss ich-Strahl. So, Barmeline. Rein da. Er braucht ein normal Pokémon, um es mehr ein Wasser-Pokémon haben kann. Wirklich. Och, Mann. Och. Ich glaub, die Attack reicht. Und was im Finish? Nö. Natürlich nicht. Okay. Well, hello there. Äh. So, Funky, wann gibt's die erste Weiterentwicklung vom Starter? Level 20? 18. Okay, hab ich bald. Hast du schon filmen worden oder so? Ich sag mal so, entern würde ich nicht levelen. Wie? Du bist ein level 5er. Ja, ich brauch keine Enton im Team. So meine ich das. Ach so. Ja, ich hab jetzt mein Team, mein Starter-Team auch mal zusammengestellt. Ah, ich werd erst mal gescheite Pokémon-Männer fangen, bevor ich mich zusammestelle. Damit werd ich's glaub ich killen. Oh, das hätt's sogar getankt. Das hätt's getankt. Na, mach mal. Kratz ihn. Der kratzt zurück. So. Eins, zwei, drei und schwupp. Kugel hat keinen Unvergessen und Pisser lernt. Let's go. Sehr. Das ist Gift, oder? Endlich hab ich das erst gar nicht erkannt. Weiß was? Äh, Filino. Oh ja, das ist bei dir, Filino. Platscher weg, das braucht kein Hund. Von der Smaller, das sieht komplett wild aus. Also komplett anders. Äh. Stachliftspore. Boah. Entom. Ränder. Ja. Ne, das brauch ich nicht. Hallo? Bitte. Ja. Und weiterleveln. Ist euch schon aufgefallen, dass ihr Materialien kriegt für jedes Pokémon, das ihr besiegt, beziehungsweise fangt? Ja. Ja. Mit dem, das könntest du backtraden für LP. Aha. Ist doch eine andere Währung, was ihr heißt. Ähm. Ähm. Also, Carpator würde ich auch fühlen. Ich hätte sonst immer einen Garathus im Team. Ja, wirklich. Ja, ich... Äh, Wingull. Hol' ich mir auch noch. Also. Noch mal so. Okay. Zurückgeschrücktes Wunderbar. Okay, gotcha, gotcha bitch. So, warte, klauen wir jetzt so ein Buff-Ding, oder? Hm? Genau, Angriff und genau, ich hatte mit Klauenwetzer, aber trotzdem einfach, ich hab auch einen Routenschlag. Dann hole ich mal das da, okay, hier da, die Wülle, komm her. Ähm, nein, das ist jetzt Arsch, ich glaub dir, das wird eingehen. Nein, doch nicht, wir gehabt. Also, der Amount an Wasser-Pokémon, die es hier gibt, ist insane. Mhm. Aber hast du ja gesehen, wo das Legendarium am Anfang so drüber geflogen ist? Ähm, dass es so einzelne Bereiche gibt, von der Map? Ja, ja, ja. Das muss ich da sehen. Sechs. Fünf. Sechs. Äh, her mit. Äh. Äh. Jetzt. Oh ja, das passt auch ganz ziemlich gut. Ich hab sonst immer ein weibliches Garathos. Mhm. Ja, aber der Unterschied zwischen männlich und weiblich ist minimal. Ja, trotzdem. Ich hab immer, vom Geschlecht her, ich hab immer so das eine. Da ist ein Garathos immer drin, aber wenn dann ist es immer weiblich. Okay. Wenn's geht, Shiny. Ja, haha. Seit, um, seit, ja. Wurde's das nochmal geben? Seit der Generation ist es. Seit der Generation ist es. Was? Seit Hard, Hard, Gold, Soul, Silver. Ja, Hard, Gold, Soul, Silver. Das ist da, wo du's kriegst, das rote Garathos. So. Boah, ich bin da ordentlich am Ressourcen farming grad tatsächlich. Superfach besser als Platscher. Schwupp. Wir landen's nach einer anderen. Finischen, Ressourcen nehmen, Fogamänner leveln. So, das kommt ins Team. Für mich gar nix. Da hinten holen wir uns den Rob da. Äh, das da. Da könnte man einen Trainerfight auch machen für bisher extra Kohle, aber keine Ahnung. Okay. Und das, das. Dann. Schlickta? What the fuck? Schlickta, ja. Das ist ein eigenes Pokémon. Ja, die Henta-Version davon. Ja, aber das ist nicht Diktar von der Region. Das heißt, als Schlickta, das ist ein... Ja, es gibt auch ein eigenes Diktar, so. Schlickta für ein Wasser. Ja. Ja. Oder was denn ist? Das ist ein Röhrenbürmer. Boah. Ja, ich weiß, aber dass das einfach Schlickta heißt und nicht... Snackma? Legion XY... Isma! Isma was. Isma meine Eier! Isma! Isma meine Eier! Zugma! Zugma stroke. Zugma, Zugma falls. Wir sind ja so intens, ich hätte nicht gedacht, dass da so viele tankt da. Zongo-Rongo. Können wir gleich wieder healen gehen. Man. Und auch wieder genug Ressourcen haben und so. Duffelhaar. Hukedex. Fahrerheiler. Gönnung. Hallo, schlägt da. Wer ist da da? Ja, Level 7 ist halt... Cool hit, I guess. Naja, so kann man auch ein bisschen Zeit verschwenden. Einfach alles fangen. Dann langsam was ich als Pokémon-Team aufbauen. Ja, eigentlich alles fangen, alles fighten. Naja, alles fangen. Wir sind nie fertig, so viel wieder spawnen. Das... Das sieht bodenlos aus. Was passiert mit dieser Wand da? Also ich bin halt gerade alles am fighten, weil... Dieser Mobben. Das Visier, halt Bock habt's auf die... Oder keine Ahnung, bevor habt's auf die Coop-Ding zum Gehen dann. Aber ich bin halt gerade Ressourcen am Farmen. So die ganze Zeit. Wenn's einen Story-Progress gibt, auch beim gemeinsamen Spielen, können wir gemeinsam gleich spielen. Aber das Problem ist halt, wenn wir halt nur bei einem spielen, haben die anderen zwei nichts dazu. Äh... Wir müssen, wir müssen nicht. Wir können jeder einzelne raus spielen. Deswegen... Ich hab... Als ob du das... Kämpf... Warte, ist das jetzt weg? Das Pokémon? Man kann's einfach nur nehmen. Man hat's einfach nur nehmen können. Ist noch da. Let's go. Ja. Das ist wieder schwer. Das ist wieder schwer. Boah, da ist noch keine Tieres. Ihr Spenst-Kunden. Was hau ich da ran? Gib mir das. Kommt da Tieri. Ja, Biss passt. Er hat nach Feuerflug. Boah, er schub. Ich mach keinen Baumentschmauer. Ah, Level 7. Ja, passt. Der nächste ist der Powerball. Der kommt. Komm. Einmal beißen wir noch rein. Das war ein Crit. Oder wie? Boah, Leute. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Däum. Boah, ey. Pokémon sind teilweise so klein, dass du einfach in die rein rennst. Ja, fix. Ungewollt. So, wer... Wer lernt Hypnose? Ich hab's gerade nicht gesehen. Ah, ja. Rassler. Kevin, viel Spaß. Auf dieser Map die Cognitos zu fangen. Hey, man. Ja, Mann. Viens. Peter, man. Da.